Ja, Hallöchen Leute, ich hab jetzt länger nichts gebracht, sorry dafür, aber nun geht's weiter mit einer neuen Aufnahme von Let's Play Minecraft. Dieses Texture Pack übrigens von mir selbst, äh, zusammengestellt aus drei oder vier anderen Texture Packs, bald zu finden auf meiner Homepage als Download. Ich denke, ich mach immer ein Video. Die Homepage, ja, wenn ich mir irgendwann Bock habe, dann mach ich die mal zu Ende. Und im Moment einfach keinen Bock drauf, die zu machen. Jedenfalls nicht, da immer die Folgen zu posten und einfach das Design zu ändern. Und deswegen bleibt die erstmal so. So, ich überlege hier gerade bei schöner Tavernenmusik, was wir das letzte Mal getan haben. Äh, viel kann's nicht gewesen sein, ne? Aha. Ja, das stimmt hier. Ja, das kommt mir natürlich wieder bekannt vor. Noch was hier reingelegt. Glas. Okay. Glas und Clay. Das hier ist Krempelinchen und Krempel... sonst wer. Gut, äh, pass auf. Erstmal alles hier raus, weil wir jetzt erstmal gleich auf Farming Tour gehen. Fleisch brauchen wir. Was brauchen wir noch? Wir haben nichts anderes zu essen. Chicken nehmen wir mit. Brauchen wir nicht. 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 Achso. Steak? Ne, das nehmen wir mit. So. Das brauchen wir nicht. Erde kann man immer gebrauchen. Und... Spitzhacken noch. Spitzhacken noch. Zwei Stück erstmal. Für den Notfall haben wir ja noch alles mögliche dabei eigentlich. So. Ah, es ist schon dunkel geworden. Alles klar. Schwertchen raus. Und... Sschschschschschsch... So. Ah. Leck mich doch mal. So. Echt. Also, ne. Nicht du da, der da zuguckt, aber der Zombie, alte. Ssssssssssssssssssssssssssss. So. Dann halt so. Meine Güte. Ist doch wohl nicht zu viel verlangt. Und wenn der jetzt hier was spawnt, das kann nicht sein. Siehst du, das kann doch nicht sein. Sag ich doch. Und... Ahk. Lecker, lecker. So, weg hier. Alles frei. Oder? Ja, ist alles frei. Äh, oh, da ist gerade einer gestorben. Alles klar. So. War hier irgendwo eine Höhle? Ich muss mir das auschecken. Spinnenseide. Ja. Komm. So. Ja, natürlich nicht. Warum denn auch, ne? Der Kuhl denn, der braucht keine Spinnenseide. Nee, der braucht auch keinen Bogen oder sowas. Nee, nee. Naja, egal. So, hoch hier. Hallo. So, hüpf mal ein bisschen schneller. So, komm, hoch. Haben wir gleich einen besseren Ausblick, hoffe ich. Oh ja. Oh ja. Ah, das sieht so gut aus, da die Welt. Das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Da könnte man irgendwie so einen Turm... Ah, irgendwas finde ich da schon. So, jetzt bräuchte ich hier ein Fernglas, dann könnte ich da mal reingucken. Zieh belang. Wasser. 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 Perfekt. Und... Ein Köpper. Tchuuu. Schön. Eine 10 war das. Mindestens. So. Was macht... Was macht... Warum... Ach nein, wie geil ist das denn? Habe ich auch noch nicht gesehen. Eine Kuh und ein Schwein. Das jeweils zweimal auf einem Block. Warum ist nur eine Kuh? Springt! Los! Oder auch nicht. Lass es bleiben. So, komm. Gib Gas hier. So. Fackeln... Haben wir doch. Ich wollte gerade schon... meine Planungsfähigkeiten hier in Frage stellen. Sieht nicht nach einer... Höhle aus, oder? Nein, nein. Nehmen wir die Fackeln wieder mit. Wir haben nicht viele. Deswegen muss ich leider daran sparen. Weil sonst leuchte ich mir mal gerne alles aus. Äh, damit man auch weiß, dass man da schon war und nicht da noch 10 mal durchläuft. Ja. Logisch, ne? Logisch. Komm, nächstes Lied. Hallo. Guten Tag. Ist da wer? Aha, hier. Da ist wer, hoffe ich. Äh, solange es kein Monster ist. Ist das eine Höhle? Ist das... Mir sagt das Gefühl nein. Oh, das ist ja richtig schwer. Okay. Wir werden schwer an Rohstoffe kommen in der Welt, habe ich das Gefühl. Ich höre nichts. Nehmen wir mal das nächste Lied. So. Ja, momentan habe ich ein Praktikum. Das geht über vier Wochen. Und ich hoffe, ich werde am Wochenende genug Zeit finden aufzunehmen. Weil wenn ich dann um 6 oder so wieder nach Hause komme, habe ich keine Lust mehr. Ich denke mal, das kann man ja auch verstehen. Meine ich jedenfalls. So. Und wir werden jetzt mal hier langlaufen. Oh, da. Das sieht nach einer Höhle aus, oder dass es so runter geht irgendwie. Ne, doch nicht. Schade. Äh. Aber hier. Nicht. Aber, ne. Das könnte vielversprechend sein. Vielleicht. Das ist schwer zu sagen bei solchen Sachen. Brauchen wir, brauchen wir, brauchen wir, brauchen wir. Ja, das könnte gut sein. Ah, endlich. Ja. Ja. Sieht das nicht toll aus. Prima. Und da hört schon auf. Kacke. Hab jetzt nicht gesagt, ne. Ne, gut. Da bin ich ja zufrieden. Na komm. So. So. Und dann schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das Tech-Job-Bag findet. Schwupp, schwupp, schwupp. Oh, das ging aber schnell gerade. Das Lied. Na ja, gut. Aha. Interessant. Äh. Ja. Okay, ich mache mir jetzt mal. Ja. So. Zack. 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 So. Jetzt haben wir hier so einen Pfeil sozusagen. Äh. Ich werde das schon erkennen. Ja. Obwohl. Kann man. Kann man noch die abgespeckte Version machen. Machen wir so. Zeigt in die Richtung die eine Fackel. Ja. Das kann man Fackeln sparen, ne. Äh. Nein, nein, nein. Den Backen da ziehen wir mal aus. So. Futtern wir mal eben was. Sehr gut. Ach ja. Haha. Stimmt, ja. Da war Kohle, ja. Ich hab's gesehen. Okay, sieht gut aus hier. Hier sieht es einigermaßen ganz gut aus. Aber das heißt ja nicht viel. So. Komm. Weg damit. Ich hab' Angst, dass hier irgendwas kommt gleich. Und Peng oder Zisch oder sonst was macht. Kommt aber nichts, ne. Gut. Das ist ja sehr passende Musik hier. Finde ich jetzt. Also für so eine Höhle, ne. Deswegen mach ich die auch gleich wieder weg. Moment. Das hatten wir schon. Das hatten wir. Das hatten wir. Das hatten wir. Das hatten wir. Da. Schon besser. Ja. Das ist eine Höhlenmusik. Oh, das ist eine Höhlenmusik. Hoho. So. Weg damit. Ordentlich Kohle. Sehr gut. Kohle haben wir echt zu wenig. Was mach ich? Demlack ich brater den scheiß Ziegel. Ja. Was kein Mensch braucht. Aber pfeff. Ja. Gut. Sehr sinnvoll. Ja. Bald soll ja 1.9 released werden, meine Freunde. Und das ist nicht mehr lange hin. Und Skyrim kommt auch bald. Das ist am 11. Ja. Ja. Heute ist der vierte zum mitschreiben. Sag ich mal. Und Skyrim, das wird bestimmt ein hammer geiles Spiel. Ich werde das auf jeden Fall spielen. Aber. Ich bin mal ganz ehrlich. Zum Let's Plänen bin ich viel zu faul. Bei 200 Stunden Spielspaß. Wer ist denn so wahnsinnig? Wer ist denn so wahnsinnig? 200 Stunden? 4 Parts. Das wären 800 Parts. Und die hochzuladen oder alleine aufzunehmen welche kriegen. Nerv zu. Nö. Nur damit du bescheuert bist. Aber spielen werde ich's. Oh ja. Ja. Alter. Ist aber Gras. Da sind so schöne Fackel. Wegweiser. Konstruktion. Konstruktion. So. Das ist auch nichts. Gut. Und weiter geht's. So. Hier waren wir. Und ich sehe gar nichts. Moment mal. Video settings. Moody? 50. Nein. Das geht so nicht. 50. Aha. So der eine Prozent. Das kann ja wohl nicht zulassen. Ich glaube ich Spinne. Ehm. Spinne? Wo? Aha. Da waren ja gar keine. Ja. Schlechte Witze. Wie immer. Ich trinke dann erst mal was. Sehr gut. Schwupf Schwapp Lemon Taste. Ohne Zucker. Hm. Da steht neu drauf. Obwohl ich die schon seit einem halben Jahr oder sowas trinke. Was die mal für eine Zeiteinschätzung haben. Naja. Mir egal. So. Weiter geht's. Aber Eisen. Das wäre ja mal. Oh. Na mein Freund. Wie geht es ihnen? Oh. Sie sind Topmodel. Achso. Okay. Aber ihre Augen wohl nicht. Ja. Ähm. Was ist hier los? Was ist da denn los? Was ist da denn los? Was ist da denn los? Oh. Das sieht ja gut aus. Das sieht groß aus. Es ist groß. Oh nein. Keine Lust. Machen wir nachher. Ich will mich nicht anstrengen in den Höhlen jetzt hier. Das kommt alles weg. Was ist das schon wieder für die Musik hier? Ja. Vielen Dank auch. Moment. Äh. Zufallswiedergabe. Naja. Lass mal das einfach. Oh. Ich hab'n Zombie gehört. Spawner. Bitte. Hallo. Oh. Pilze. Das ist sehr gut. Ein Creeper da hinten. Okay. Schön. Das freut mich. Aber erstmal die Pilze.